hallo und willkommen zurück zum let's play von deponia doomsday wir sind in folge 8 und der streuner ist auch wieder am start schön dass ihr mit dabei seid jetzt gucken wir mal gerade an was gibt es gibt hochgehen und es gibt mit ihm reden ansonsten sehe ich hier unten gerade nichts da oben runter gehen können wir auch nicht weiter ich sehe es zumindest dann reden wir doch erst mal mit ihm was muss ich übersehen stimmt und zwar wie ich lässig in meinen wohlverdienten sonnenuntergang reite und wie du an das dafür notwendige pferd gekommen bist du kriegst offenbar gar nichts mehr da wohl nichts zu sagen gehen wir mal gucken wir uns da oben mal alles an und da kann man wieder gehen ein rufknopf irgendwas kann man damit machen ja kommen nicht raus und da auch nicht dann haben wir den rufknopf noch das gleiche mit den koffern ist gar nichts ich sehe nichts bei den koffern überhaupt nicht okay und da hinten der eingang ist auch nicht okay also kann man nur den rufknopf drücken mal gucken wer sich meldet auch sehr freundlich gastfreundschaft geht anders sie lassen mich nicht rein um so besser wir haben ohnehin schon genug schaden umgerichtet da kennst du mich aber schlecht ich meine ja das ist gesundes selbstbewusstsein ist ein glas eigentlich jemals halb voll was denn jetzt das ist bestimmt die security versteck dich wir können nichts tun grad nicht so wenn er es einmal verheiratet sind moment wo ist frau kickel und was ist das für gepäck tja überraschung ich habe frau kickel überredet dass ich dich an ihrer stadt machte das ist jetzt also wo die nach deponia fliegen würden genau das ist quasi fort auf teil 1 dann ich habe einen wichtigen inspektions auftrag ich habe precious badeanzug vergessen ich sagte kein badeausflug außerdem habe ich dir schon tausendmal gesagt dass du diese niedrige lebensform nicht precious nennen sollst wie denn dann princess nein mindy nein wir können nur da angucken glaub auf keinen fall nichts von alledem er heißt poisonius immerhin ist er ein hochgiftiger pest speichel war einschlag mit dieser genotten glitschigen zunge und zack aber und trotzdem nimmst du ihn mit nach deponia und nicht mich glaub mir da unten gibt es weitaus gefährlichere dinge ziel strahlung tetanus kein gegengift elysiums hilft gegen eine deponianische wundbrand entzündung apropos habe ich überhaupt das gegengift für poisonius best speichel eingepasst tadaaa siehst du ich kann da unten sehr nützlich werden indem du ungefragt meine sachen mit dir rum schleppst deine reise nach deponia muss alles sicher verstaut sein die wege da unten sind mit gefahren gepflastert Schrottlawinen dann nehmen wir das mal aufstecherpt hör endlich mit deinen dödlingen deponianern auf diese geschichten sind nichts weiter als cocktail party geschwätz und meine inspektion wird genau das beweisen aber was ist mit den lichtern die man nachts sieht die stammen vom organon sollen ulysses mann die sprengung des planeten etwa im dunkeln vorbereiten die fallen doch über ihre eigenen füße ich bin trotzdem skeptisch mein reisebericht wird dich schon überzeugt dich den ältesten rat und alle anderen diese gerüchte sind nur auswüchse allgemeiner beunruhigung ich meine wir sprengen unseren heimatplaneten um elysium quer durch den kosmos nach utopia zu schleudern wer wäre da nicht ein bisschen nervös mag sein aber genug gearbeitet fang pack das weg das heißt also ich komme mit ach sag schon kann er das nicht nehmen ach bitte 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 ich brauche kein gepäck ich bin endlich angekommen sag schon er kann klitos angucken bitte klitos klitos dieser vermaledeite schmierlappen wenn ich dafür sorge dass er diesmal ohne goal nach deponia reist bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen cameo auftritt wissenswert wäre wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei sag's doch einfach wir können runter gehen lieber nicht die schmalzlocke entdeckt mich noch vielleicht kannst du zu den rohren jetzt gehen schau mal da stand jetzt mal was anders ja warum sollte ich dich mitnehmen damit du noch mehr chaos hervorrufen kannst schau nur wie du das gegengift da reingestopft hast na super noch mit mäusefangen die mit den ratten fallen ratten fallen da unten lebt nichts mehr nicht mal eine ratte aber mäuse doch wohl noch mal ah immerhin gehts uns jetzt besser mhm pff pfui das musst du gerade sagen hä? was? ach ist ja egal und wenn du mitkommen willst zieh dir festere Schuhe an das heißt du nimmst mich also doch mit? ach vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal für das dich jeder hält tja diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion ich bin gleich wieder da ach das werd ich noch bereuen wenn sie nur nicht so heiß wäre haha verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats ach Kletus du bist schon ein Fuchs Kletus dieser vermaledeite Schmierlappen wenn ich dafür sorge dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo Auftritt wissenswert wäre wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei runter können wir jetzt vielleicht nachdem wir das Gegenmittel haben oder wir gehen ins Gepäck oh ich habe das Gepäck angeklickt ah guck mal du kannst ihn jetzt befreien da ist ja putzig hey stopp komm zurück du pandemisches Pestgetier hm das kannst du bestimmt schubsen kannst du ihn schuppen hm Kletus dieser vermaledeite Schmierlappen wenn ich dafür sorge dass er diesmal ohne Goal nach Wissen ne können wir nicht aber hast du ihn jetzt bloß angeguckt oder hast du ihn äh ich habe ihn angeklickt okay nicht angeguckt okay vielleicht können wir jetzt runter wenn der da reinkrault hm keine Ahnung wo das Feen ist guck mal was der treibt hast du eine neue Yoga-Übung erfunden? ich bin ein Gefäßt kein Problem das haben wir gleich nicht jetzt ist er weg oh oh hm vielleicht geht jetzt was oh jetzt geht er da rüber aha da haben wir ja das Dingsi mit dem man Bumsi Dinge tut kann mein Bastler sieht sowas auf Anhie uah Kletus dieser ver... wenn ich dafür sorge dass Wissens... okay ist alles das gleiche Hufknopf vielleicht jetzt schleicht aber meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren bitte gib deine alte Karte ein bitte gib deine alte Karte ein was soll das denn jetzt? hm 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 du kannst du dir eine drehens okay da wo dieses komische Vieh war Kannst du da noch irgendwas angucken oder so? Wo das Vieh war? Hier drin, meinst du? Oder meinst du hier bei den Rohren? Nee, da wo das drin eingesperrt war. Ich kann nur noch runtergehen. Konntest du das irgendwie... Ja, vorhin bin ich da reingekommen, aber nachdem es frei ist, komme ich jetzt nicht mehr. Ja, da ist irgendwas aufgeblitzt. Im Ernst? Geh mal da langsam an dem roten Ding lang. Irgendwas ist da aufgeblitzt. Ah, ein Laserpreiter. Okay. Was gebe ich jetzt für einen echten Laser? Vielleicht können wir da mit dem Rufknopf kaputt machen. Mhm. Äh, warum bin ich jetzt da reingekommen? Sollst du den weglocken? Wo soll er hin? Achso, den Laserpointer da noch in der Hand? Oder? Äh, nee, ich kann jetzt... Komm her! Ich kann jetzt hier Türen aufmachen, so wie es aussieht. Ach, doch, er lasert da hin. Komm, Pussy, 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 Pussy! Nach unten? Nach oben? Nee, nach rechts? Ah, guck mal, die Klappen gehen auf und zu. Ich kann die Klappe jetzt aber nicht selber bewegen. Vielleicht wird Papa ungemütlich. Wir müssen wahrscheinlich da rüberkriegen. Ja, vielleicht fangen wir nochmal neu an. Geht nicht. Geht nicht. Okay. Aber du kannst ja... Du bist ja quasi gefangen. Hm. Böser Pestspeichel, Varan! Jetzt hat sich was verändert. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder am Start. Hm. Okay, in die Richtung kommt er durch. Aber... Wo soll ich da denn diese Klappe hier aufkriegen? Ich hab keine... Böser Pestspeichel, Varan! Ah, jetzt... Nee, zurück, zurück! Nach rechts! Runter! Links! Ah, okay, jetzt kommen wir dran vorbei. Hoch! Da muss man natürlich bloß und die Klappe da links aufkriegen. Aber verstehst du den Mechanismus? Nicht wirklich. Okay. Nee, geh mal zurück. Noch eins runter. Runter? Ja. Oh no. Rechts, ganz nach rechts. Nach oben. Böser Pestspeichel, Varan! Und jetzt? Ja, unten. Nach unten. Dadurch geht die aber nicht auf. Beifuß, du Kröte! Hm. Also die letzte ist jetzt offen. Aber ich verstehe die Trigger nicht ganz. Ich bin aber undemütlich. Hm. Und wie haben wir die da oben jetzt wieder aufgekriegt? Oder die untere? Komm hier! Das weiß ich noch nicht. Komm, Pussi, 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 Pussi. Wir stecken fest. Böser Pestspeichel, Varan! Ja, aber wenn wir jetzt hochgehen, dann geht die Klappe wieder zu. Hm. Durch was bewegt sich die? Hm. Jetzt reicht's aber. Wenn du runtergehst, geht die wieder zu. Also wieder hoch. Die schubst du auf. Komm, Pussi, 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 Pussi. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, dass die so bleibt. Hm. Aber die Frage ist, wie geht die auf? Bei Pussi, du Kröte. Die klappt automatisch zu. Gleich wird Papa ungemütlich. Nun, die klappt auch zu, wenn man durchgegangen ist. Nee, nur wenn du nach links durchgehst. Wenn ich durch die Tür gehe, geht's dir zu, ja. Hm. Also geh mal hoch und nach rechts. Ja, aber ich muss hier doch runtergehen, dass die aufgeht. Hm. Wenn ich jetzt hier lang gehe... Dann bleibt die schon mal offen. Hm. So könnte man durch, wenn die offen wäre. Einmal ausrufen. Jetzt reicht's aber. Wenn ihr nach links geht, geht die wieder zu. Okay. Komm her. Wenn die hier offen wäre, dann könnte ich auch hier so rum und die aufmachen, aber irgendwie. Das kann doch nicht so schwer sein, der Scheiß. Bei Pussi, du Kröte. Nee, eigentlich nicht. Gleich wird Papa ungemütlich. Jetzt reicht's aber. Komm her. Da müssen nur noch die da auf sein. Hm. Komm Pussi, 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 Pussi. Böser Pestspeichel, Varan. Bei Fuß, du Kröte. Ich hab keine Ahnung. Gleich wird Papa ungemütlich. Da kommst du jetzt bloß nach unten. Also die muss definitiv so stehen. Anders geht's ja nicht. Dass man hier rauskommt. Die Frage ist, was kann ich tun, dass die aufgeht. Pussi, 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 Pussi. Böser Pestspeichel, Varan. Also die geht ja nur dann auf, wenn du da durchgehst, ne? Wenn ich so rum da durchklatsche. Glaub ich. Hm. Hm. Aber dann ist auch die hier nicht offen. Dann ist die ja zu in dem gleichen Moment. Ach Mensch. Die müsste offen sein. Jetzt reicht's aber. Und dann müsste man hier durchlaufen, dass die auch aufgeht. Komm her. Komm, Pussi, 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 Pussi. Böser Pestspeichel, Varan. Bei Fuß, du Bröte. Hm. Gleich wird Papa ungemütlich. Hm. Jetzt reicht's aber. Ja, ich glaub schon fast, das Ding können wir aufgeben, oder? Ja. Da sind wir auch irgendwie zu blöd für. Also ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie man das hier richtig macht. Wir haben keine Ahnung. Wir sind zu blöd. Überspring's. Böser Pestspeichel, Varan. Erfolg. Spiel nicht geschafft. Dieser imbezile Dummforsch. Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. Was zum... Au! 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 okay wir können nichts mit ihnen machen okay schauen wir mal noch mal unten was mit unserem kranken ist alles in ordnung bei dir bitte töte mich kannst du jetzt vielleicht mit klitos irgendwas machen du meinst weil er jetzt im anderen rohr steckt wir haben ja eigentlich haben wir den laser panther noch das ist auch wir haben doch gegengift dann geht was dem doch dann geht es ihm wieder besser der muss uns ja jetzt nicht verrecken du bist ein guter mensch jetzt doch noch ins rohr okay aber irgendwas hat er da hinten an seinem hintern der klitos zettel ach du meinst seiner id karte vielleicht wie ein vergast stimmt jetzt wo du es sagst hat die vorher auch schon raus geguckt ich weiß nicht also ich hatte diesen pöpsel da irgendwie gesehen dann bist du aber nicht genau und dann könnte ich jetzt da die in den knopf reinstecken aber irgendwas passiert grad oha das hochboot kommt jetzt heißt es sich sputen aufhören bitte aufhören okay muss ich erst da rüber wieder aufhören bitte aufhören oh hoffentlich habe ich jetzt nicht falsch gedrückt ja ich hätte die karte anwenden müssen die karte anwenden müssen okay er ist jetzt abgelenkt durch den furz der knallert die ganze zeit noch um er ist wahrscheinlich die nebenwirkung ist wahrscheinlich irgendwie bewusstlos oder so hey du da was treibst du hier für mich ja natürlich du oder siehst du hier noch jemanden der hier nicht hin stillgestanden oberkontrollrad an dick lassen sie gut sein Argus Ulysses Herr Inspektor darf ich erfahren was hier vor sich geht tja welches wüsste lassen sie das gestammeln und machen sie sich gerade ich dachte wir hätten besprochen dass alles bereit ist sobald ich ankomme das ist es auch bislang hatte ich den Eindruck sie seien ein zuverlässiger Mann Klitas tun sie sich an gefallen und zerstören sie diesen Eindruck nicht sie wissen die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geknüpft der ältesten Rad darf nie erfahren dass die Moria bewohnt ist wo ist zum Beispiel ihre Begleitung sie wollen sie mir noch vorstellen ach äh meine Assistentin sie hatte noch was vergessen sie wissen ja wie Frauen sind vergessen Himmel Klitas ich dachte sie hat ein Gehirn Implantat sie haben für sie gebürgt aber eingeweiht ist sie doch bereits ohne ja selbstverständlich komplett instruiert alles Palette kein Grund zur Veranlassung also der Vater von Gohl wollte also obwohl es gewohnt ist die Polia vernichten sehr wohl Herr Oberkontrollrat und haben sie ein Auge auf die Zivilisten ich gehe nun duschen es wird wirklich Zeit dass dieser Drecksplanet endlich gesprengt wird rührend was ist los Klitas sie wirken nervös nervös ist gar kein Ausdruck Gohl stimmt der Verlobung nur zu wenn sie mich begleiten darf ha 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 nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel ach und das finden sie lustig warum nicht sie werden es ihr ja hoffentlich wieder austreiben sie kennen sie nicht Herrschaftszeiten Klitas Ulysses wird uns beiden Ulysses darf nichts davon erfahren Gohl muss nur in ihrer Kabine bleiben solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt ist alles in Ordnung das gefällt mir trotzdem nicht und wenn sie beim Überspielen der Aufstiegscodes ein Backup ihrer Erinnerungen machen so könnten wir ihre Erinnerungen bei Bedarf einfach wieder zurücksitzen später ein Backup von ihrer Bewusstseinsdatasette und von den Aufstiegscodes ja das könnte funktionieren ähm bäh eine Woche da unten und schon stinkt alles nach Kot zum Glück ist bald Schluss damit und Gohl kann auf einem saubereren Planeten leben ich hoffe sie ist zu Hause Kot finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos die lautlosen sind nun mal die schlimmsten na und ich denke mal hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter schön dass er dabei gewesen war bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal